Ist dir schon mal etwas so Verrücktes passiert, dass du es kaum glauben konntest? Wir haben eine Neurotechnologie entwickelt, mit der sie ohne Anstrengung ihr bestes Selbst sein können. Sie sind noch sie, aber besser. Wer und wieso? Es ist der Ring. Dann bring dich zurück in die Vergangenheit. 57 Sekunden. Das ist irre. Alles auf sieben. 15. 15? Schwarz. Ich danke Ihnen vielmals. Hast du eine Bank ausgeraubt? Ich war im Casino und hatte extrem viel Glück. Naja, ich hatte einfach sowas wie... ...einen kleinen Vorteil. Franklin, wer ist das? Das ist meine Zwillingsschwester, Nathaline. Sie starb an einer Überdosis Zolastin. Das sind Schmerztabletten. Ich sehe auch einen großen Wunsch nach Gerechtigkeit. Das war eine Gelegenheit, dem Mann zu begegnen, der für den Tod meiner Schwester verantwortlich war. Und ich wollte dieses Feuer dazu benutzen, um Sig Thorntzen abzufackeln. Sie stellen die falschen Fragen. Aber der echte Durchbruch... ...ist das Zeitreisen. Ignoriere, die schwarze Herr Franklin. Mit Geld kann man durchaus Glück kaufen. Hier geht es nicht um deine Schwester. Es geht um Macht. Lassen Sie sich nicht von der intellektuellen Angst davon abhalten, dem nachzugehen, was hier drinnen brennt. Alles, was ich tun musste, war zu handeln. Es ist dieser Ring. Hast du ihn bei mir genannt? Du kannst nicht immer wieder zurückgehen und etwas ändern, bis es richtig wird. So soll so eine bessere Zukunft aussehen. Wir haben nicht genug Zeit. Festhalten!